We push the pull just a little bit closer We break our own rules over and over I try, I try to Hey Freunde, hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Wie ihr es im Video schon lesen könnt, reagiere ich heute wieder zum dritten Mal schon auf meine Videos Also auf meine alten Videos von meinem alten Kanal Ich habe mir gerade wieder meine drei Videos rausgepickt Wahrscheinlich werden wir nur zwei schaffen, weil es gehen alle so 5,5, 6 Minuten Und wahrscheinlich bei zwei wird es dann schon 15 Minuten sein, aber das ist ja jetzt egal Auf jeden Fall werde ich jetzt wieder auf meine alten Videos reagieren Ich habe auch schon gesehen wie viele Abonnenten ich jetzt auf meinem alten Channel habe Wenn wir das hier jetzt in den nächsten zwei Monaten auch noch hinkriegen Dann wäre das der Oberhau, also das wäre dann übelst cool von euch Ja, und sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen Also lasst ein Like da Vergesst jetzt nicht den Kanal unten noch kostenlos zu abonnieren Und die Glocke zu aktivieren Folgt mir auch gerne auf Instagram und auf Snapchat Links sind alle unten in der Videobeschreibung Auch die, mit denen ich meine Videos schneide Die Apps sind auch unten in der Videobeschreibung Aber halt nur für Apple Geräte, also nur für iPhone oder Macbook oder Tablet, also iPad Für Samsung habe ich die Links nicht Oder für Android Geräte Ja, würde ich sagen, geht es jetzt direkt mal los mit dem Video Wir fangen an mit VLOG 4, gehen dann weiter auf VLOG 5 Oder VLOG 6 Mal gucken Auf jeden Fall, let's go So, jetzt sollte das hoffentlich alles funktionieren Ähm, ich muss jetzt gerade die Kamera umswipen Vielleicht sieht man das auch ein bisschen zu aller Qualität Aber ich sollte ja jetzt nicht so viel ausmachen Hier ist, weil ich muss halt umswipen Soll ich mal, weil der Ton war auf dem Handy Wo mir die mich jetzt filmen, bitte nicht so laut Deswegen darf ich sagen, let's go mit dem Video Jo, Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog von mir Wir sind jetzt bei VLOG 4 schon Ähm Okay, Applaus steht da Ähm, ja Also die Kameraqualität ist wirklich beschissen gewesen Äh, was ich mir da jetzt gedacht habe, ey Ja, es ist jetzt gerade halb acht morgens Und dann nehme ich euch heute wieder mit auf meinen Tag Ähm, was heute so ansteht Ich werde nachher, also ich werde nachher in Schule fahren wieder Dann Ja, werde ich so am Mittag wiederkommen Und Dann Machen Werden wir eine Runde Fahrrad fahren Vielleicht, wenn das Wetter mitmacht Ja Also Dann sehen wir uns später wieder Bis dann Ciao Ja Ja, Freunde Ähm Bin jetzt hier gerade auf dem Weg zum Bushaltestelle Ähm Ich habe mich so angestreckt, dass ich nicht Jo sag bei 10 Mal im Video Jo, Jo, Kacke Bei 10 Mal im Video Jo sagen Hm Ähm Wie lange ist das? 7 Monate Wow Wird echt schon Schön bei 10 Mal fragen, was diese Woche noch so für Videos rauskommen Wenn welche noch rauskommen Am Freitag Also Jetzt, wo ich das Video gerade aufnehme In zwei Tagen Ähm Kommt Der fünfte Vlog raus Samstag und Sonntag muss ich mir noch überlegen Ob ich da auch noch was aufnehme Ähm Ansonsten geht es wieder Ähm Weiter Nächste Woche dann Montag, Mittwoch Freitag vielleicht auch Wieder mit Vlogs Dass ich immer so in zwei Tage Rhythmus habe Außer wenn ich vielleicht irgendwo im Urlaub bin Werde ich das wahrscheinlich Kommt das auch gleich bin Werde ich das wahrscheinlich Länger machen Und Also jeden Tag Probieren zu vloggen Ja Dann Kommt das auch gleich unser Bus Und ich würde sagen Wir sehen uns später wieder Also bis dann Ciao Hey Freunde Ja Ich habe jetzt Schule aus Und bin auf dem Weg nach Haus Ah ja Meine Frage Oh Was einer rein hier Ähm 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 Schon weiter da So Ähm Ich habe ja hier Jetzt hatte ich so ein bisschen was Blaues in dem Video Das war aber ich hatte Im Bus Haben wir Irgendein Ähm Kumpels Oder Jungs Die halt nicht mehr mitgefahren sind Wir haben uns das so Wassereis geholt Beim Kiosk Ja Ach du Scheiße Wie billig viel Bei unserem Kiosk gab es so Wassereis Und dann haben wir uns das halt geholt Ja Deswegen sind meine Lieben Das hat es super greift Ähm Erstmal noch eine kleine Gönnung hier nebenbei Ja Und Ja Ja Dann Werden wir nachher auf Fahrrad fahren War Also Ich Werd euch Werd probieren euch mitzunehmen Scheiß Kameraperspektiven hier Ähm Ja Dann Sehen wir uns nachher wieder Bis dann Ciao Also Leute Ich hab mir jetzt was zum Essen noch schnell gemacht Und Mach jetzt gerade noch blöde Mathehausaufgaben Aber Muss natürlich auch sein Ähm Wir werden Ähm Ich werde dann gleich Noch rausgehen Bisschen Fahrradfahren Da Werde ich auch noch ein, zwei Aufnahmen machen Ja Dann Sehen wir uns beim Fahrradfahren wieder Bis dann Ciao Jo Jo Freunde Ähm Ich hab's euch gesagt Ich werd euch na Ich werd euch mitnehmen wenn ich mit dem Fahrrad fahr Und Ja Jetzt Machen wir Das mal Ich bin mit der rechten Hand Habe ich so ein Länger gehalten Mit der linken Hand die so die Kamera Ja Und 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 Ja Dann Dann Würde ich mal sagen Wir sind Bei ein paar Sprücken vielleicht Und Ja Bis dann Ciao Ja Also Dann 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 Sehen wir uns ja später wieder Bis dann Ciao Ja Ja Und Und Bis dann Ciao Ja 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 Was gibt's denn für den heutigen tag so anzukündigen bei dem vlog Ähm Fällt mir eigentlich grad nicht so viel ein Außer es nachher wieder in Schule geht Und Ja Vielleicht heute Nachmittag Also heute Mittag eher Wird dann nochmal ein bisschen Fahrrad gefahren wenn's Wetter mitmacht Weil Es ist grad so irre schlecht hier Ja Ich bin jetzt hier grad mal auf dem Weg Ich zur Bushaltestelle Und Ihr könnts hinter mir ja sehen Es ist nur neblig Ähm Es ist abnormal Es windet auch ein bisschen Aber Ja Sonst temperaturmäßig geht's noch Ja Dann Ähm Haben mich ein paar auf Instagram gefragt Ihr könnt mir auch gerne folgen Und Cosmic-Junk Ähm Wann nennt mein Neues Video rauskommt Weil ich ja jetzt in der Woche Nicht mehr Gevloggt hab Oder generell kein Video mehr rauskam Ja Und Der Grund war Ich hab's Zeitlich einfach nicht geschafft Ähm Ja Aber Jetzt kommt Und Wir Ein Vlog Ja Dann Sehen wir uns später wieder Ich würd dann sagen Bis dann Ciao Jo Freunde Ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Hause Ähm Und Ja Auf jeden Fall Ist wo was kleines passiert Nämlich Sind mir zwei Videos verloren gegangen Leider Aber Naja Dann muss der Vlog Muss ich die Fünf Minuten noch Wieder hinzufügen Irgendwie Ja Also Also Ich meinte halt damit Das Weil Ich hatte den Das wär der erste Vlog gewesen von mir Der so an die acht neun Minuten ging Dadurch dass ich Dadurch dass ich aber Während den zwei Szenen So aufgenommen hab Ich aber Die Warum auch immer sind die mir Äh Verloren gegangen Bei der Übertragung Von Beim Zum Schneiden Weil Ich hab mich Mach das halt immer so Ich hab das halt früher immer so gemacht Ich mach nämlich Videos offen Direkt Nach der Szene Bearbeite ich das schon Und schneid das halt schon immer alles zusammen Damit ich dann bei der letzten Szene Das letzte machen muss Zusammenschneiden Wo ähm Ähm Dann Auch mein Handy draufspielen Und dann hochladen Aber Ja Das Hat eigentlich Och Gott wie ich wühle Hat an dem Tag Wo die sie funktioniert So Dann Den Tag Habe ich bis jetzt noch gut überstanden Ähm Aber Ja Dann Woops Wärme 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 bis zum dritten november sollten ungefähr so noch mindestens drei videos rauskommen wir sehen uns danach noch mal und ich würde dann sagen letzte video hier sein ja das war nicht so viele momente jetzt wo man sagen konnte oh toll aber wie gesagt trotzdem dann kommt wochenende einer raus abonnieren wollten mal und beim nächsten vlog wieder bis dann so das war jetzt auf jeden fall meine reaktion auf meine nächsten zwei videos heute habe ich nicht so irre dazu zu erzählen gab wie sonst weil ich sag noch habe ich ein video auch mal selber erklärt aber ja das auf jeden fall da oben da auf diese reaktion abonniert meinen kanal hier unten wenn das noch bei euch rot leuchtet dann drückt da jetzt drauf aktiviert die glocke folgt mir gerne noch auf instagram der link ist wie gesagt unten in der video beschreibung einfach schaut da mal vorbei und ansonsten ja wie gesagt würde ich mich gerne auch über einen daumen hoch und ein dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video wieder weil morgen also am samstag wird wahrscheinlich keins rauskommen das weiß ich noch nicht aber am sonntag möchte ich dann wieder ein minecraft video planen ja und euch sagen bis dann und ciao